Ohne Fotos eigentlich zum Text uninformativ. Es fehlt etwas. Man soll aber ein Bild reingeben, wo man gewisse Sachen schon mit Balken überstreichen sollte. Man soll nicht so schlimme Sachen sehen, aber es soll zum Text dazu passen. Es ist echt nicht schön. Ich finde doch ohne Bilder ein Bildleiter. Die Böden ohne Bilder finde ich teilweise sehr sinnvoll, da die Artikel mehr oder weniger leicht ernster genommen werden und nicht einfach nur überflogen werden.